Hallo hier und Leute, ich heiße euch. Willkommen zu einem wundervollen neuen Super Mega Random Flash Game. Dieses Mal mit Christmas Boulder. Ein First Person Shooter, wie es da dran steht. Ihr müsst jetzt mal aufpassen, mein Kanal wird jetzt in den nächsten Tagen so scheiß weihnachtlich, das glaubt ihr gar nicht. Da müsst ihr euch erbrechen vor lauter Weihnachtsfreude. Deswegen starten wir das Spiel. Ich muss Schneebälle auf Elfen werfen. Nimm dies! Ah, voll ins Gesicht. Nimm dies! Wie sie einfach rumkippen. Nimm dies, Eule! Fucking Eule, es gab Minuspunkte, kriegst auf die Fresse. Du auch, kleiner Mann? Warum freue ich mich so darüber? Ah, das muss die Festtagsfreude sein. BOOM! Nimm dies! Ah, ich glaub, das wird nie alt. Ah, ich bewerf kleine Scheißelfen mit Schneebellen auf, voll ins Gesicht, Alter! BOOM! 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 Wollte die Schneebellen auf mich werfen? Halt dich zurück, kleiner Elfen, Junge! Ich hole dich, Cosmo und Wander und die erfüllen dann keine Wünsche, Arschloch! Lacht nicht über mich! Lacht nicht! Nein! Nein! Ohohohoho! War da gerade ein Center, der aus einer Röhre, die zwischen seinen Beinen war, ganz viel weiße Masse über den Bildschirm geschossen hat? Ich glaube, ja. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass dieses Spiel nicht mehr viel zu bieten hat. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen gelangweilt. Kann ich den abwerfen? Nimm dies! Du auch! Was, wenn ich die Scheibe mir kaputt mache? BOOM! 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 Nein! Kleiner Drecksack, du! Ich behalte dir im Auge, Alter! Dich auch! Wenn ich jetzt gut in irgendwelchen so Rail-Shooter-Sachen wäre, dann wäre es bestimmt voll einfach für mich, dieses Spiel. Aber das will ich nicht. Wie schnell kann ich ihn feuern? Ups! Ja, das... Ja. Ja. Das ist ein spannendes Spiel, liebe Leute. Solltet ihr auf jeden Fall auch spielen. Ein guter alter Christmas-Boiler. Da kommen Festtagsstimmungen auf. Ho, ho, ho! Aber wisst ihr, was das Gute ist für euch? Also wirklich für euch? Wenn ihr das Haus verlasst, dann wird es nicht passieren, dass so ein Arschloch wie ich um die Ecke kommt, und euch einfach Schneeball in die Fresse wirft. Weil hier kein Schnee liegt. Euer Glück. Ja, glaubt mir, wenn da Schnee liegt, dann alter. Alter, würde ich mich freuen. Mach ich dich zur Elfe? BÄM! BÄM! Und wage es nicht, den Schneeball auf mich zurückzuwerfen. Sonst werden Dinge geschehen. Und schöne Dinge. Dinge, die ich vielleicht danach bereuen werde, aber... Vielleicht werde ich dafür ins Gefängnis kommen, aber diese Dinge müssen einfach geschehen. Kinder müssen Respekt vor mir haben. Zollt mir Respekt! Den Respekt, der mir zusteht. Und warum habe ich jetzt gerade eben nochmal was verloren? War doch gar niemand. Ihr verdammten Elfen! Oh, ich hasse diese Elfen. Für was verliere ich denn? Alter! Weihnachtsmann, was ist los mit dir? Servus, wir spielen jetzt den hier. Live! Hat gut geklappt. Santa's Rider 3! Yo! Lass mich hier mal eben das Aufnahmefenster verschieben. Ich bin heute ziemlich professionell, müsst ihr wissen. Nein, ich möchte keine Klasse wählen. Nein, danke. Das andere Spiel würde ich gerne schließen. So. Okay, Leute. Wir machen hier direkt weiter. Die Festtagsstimmung darf ja auf keinen Fall unterbrochen werden. Halt die Fresse! Okay. Santa's Rider 3! Ho, 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 ho! Okay. Dann, oh, Dirtbike natürlich! Santa ist heute richtig dirty. Oh. Okay, fahren wir los. Oh Gott. Warum spiele ich sowas? Wow! Hallo, mein lieber Schneemann mit der Karotte. Oh, shit. Alter, Santa, nein! So, Only Great Games ist also das Motto der Seite. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, könnte und würde. Wahrscheinlich aber eher nicht. Ah! Scheiße, was ist da los? Ah! Nein! Santa! Ähm, Moment. Irgendwie. Sprechen der Funke nicht so recht über. Moment. Moment mal. Moment mal. Das muss doch... Da muss doch irgendwie zu sch... Ah! Pfeifen sein. Okay. Ja, Geschenke. Oh. Oh. Oh! Santa! Lass mich nicht im Stich halten, Mann. Wir sind auf einer wichtigen Mission und wir müssen Geschenke einsammeln, weil... Irgendwo müssen die ja herkommen und da ist der Santa mit seinem Dirtbike unterwegs und sammelt Geschenke. Okay, nächstes Level bitte. Wow. Sieht ja genauso spannend aus wie das vorherige. Und... Können wir mal darüber reden, warum die Geschenke Glockengeräusche machen? Das scheint für mich nicht so recht Sinn zu ergeben, aber okay. Der liebe Santa, der will schon wissen, was er macht. Ah, nein! Ich glaube, er ist tot. Ich glaube auch, dass wir ein anderes Spiel spielen, liebe Leute. Weil jetzt seid... Uh, was haben wir denn da? Hallo. Also bin ich gespannt, was mich erwartet. Jetzt bin ich gespannt. Wer will schon so handeln, dass die immer keine Zukunft hat? Ich will nicht so handeln. Oh. Oh. Hallo. Wo sind wir denn hierhin gerade? Was haben wir denn Schönes? Ist auf jeden Fall so. Sieht ganz gut aus. Was haben wir da? Okay, es kommen dann die Beine. Okay. Sieht gut aus. Die Kette, die kommt um ihr... Ebenfalls um ihr Bein. Sie trägt viel Beinschmuck. Welche Stiefel wollen wir denn? Ebel die. Oh. Oh, wundervoll. Du siehst aus wie eine weihnachtliche Schlampe. Ich liebe dich. Okay. Dann... Uh, sogar mit... Okay. Ist ein bisschen gruselig. Was haben wir sonst noch Schönes? Nein. Oh mein Gott. Rosa mit Herzchen. Das ist das Perfekt. Rosen. Nicht in meiner Welt, Lady. Weg. Und... Okay. Jetzt kommt der schönste Teil an Weihnachten. Das Auspacken. Oh. Habe ich zu viel versprochen? Habe ich nicht. Ich weiß. Ähm. Was gibt es sonst noch? Nehmen wir das hier. Nur verkehrt rum. Äh. Daneben. Wundervoll. Das nimmst du hier. Ins Gesicht. Und das kommt ans Ohr. Gut. Überzeugt mich nicht dieses Spiel. Überzeugt mich nicht. So. Was haben wir sonst noch? Ähm. Builders Snowman. Nein, danke. Ich möchte... Santa Skittles. Oh mein Gott. Das klingt so spannend. Ich raste aus. Edward Tyson. Ja, dann schließ die Werbung bitte automatisch. Mr. Ads bei Google. Da. Okay. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Jetzt bei... Santa Skittles. Mmh. Skittles. Von Santa. Da. Hm. Überzeugt mich nicht. Ne. Äh. Haben wir sonst noch was cooles? Hm. Das sieht gut aus. Nehmen wir das. Wir haben jetzt den, äh... Äh. Zumbodeu. Der Zumbodeu ist ein super Typ. Passt mal auf, Leute. Das werdet ihr gleich sehen. SWM.de. M-Strom-Direkt. Ich möchte kein Strom-Direkt haben, bitte. Box 10 Games. Only great games. Oder was war das Motto? War das das Motto? Uh. Box10.com. Only great games. Only great games. Wow. Rendering Graphics. Ah. Das sind ein paar feine Christmas Gems. Alter. Ja, auf den Schnee man dazu berühren. Du Zowie da hinten. Ja, ich möchte jetzt, äh, playen. Level 1. Okay. Ich bin gespannt, was das jetzt hier wird. Äh. Äh. Bitte. Ich will das hier reinhorn haben. Ich will ein Roboter-Spielzeug zu Weihnachten. Smiley. Traurig. Oh, hey. Schau mal. Da ist irgendwas. Na, was auch immer. Rendering Graphics. Schon wieder. Ruhe. Ich möchte das Tutorial skippen. Oh, Gott. Feind Zombie. Du bekommst meine Geschenke nicht, Alter. Du auch nicht. Blöder Rabe. Hehehe. Uh. Das war ein Headshot. Ich will noch ein Headshot. Hehehe. Äh. Zimmer, Weihnachten, Spaß, meine Freunde. Er hat mich gerade ein bisschen zu sehr an Plans versus Zombies. Aber okay. There comes the party. Oh. Hör dir die Party-Jams? Ich hör sie. Ich spür sie. Alter. Sterbt. Verdammt und Zombies. Willkommen meine Geschenke nicht. Die hören mir. Vor allem das Einhorn. Das Roboter-Robo-Einhorn. Final Wave. Oh. Holy Shit. Hallo, mein Freund. Nein. Die kleine Geschenke. Was? Was? Geschenk. Was soll das hier? Uh. Uh. Eine neue Waffe. Ha. Ha. Das nimmt hier ein langsamen, ungehandigen Stein an, meine Freunde. Wir spielen weiter. Natürlich. Nächstes Level. Dudududu. Alter. Eine richtige Waffe. Oh. Shit. Aber nicht voll dabei, Alter. Ready, set. Defend your gifts. Okay. Da. Alter. Er hat es gesehen. Der Drecksack. Oma Zombie. Hallo Oma Zombie. Du auch Skifahrer Zombie. auch ein Hallo an dich. Da kamst du Pornay. Alter. Ich finde es ja ein bisschen brutal, muss ich sagen. Aber es ist ja auch mit Abstand das beste Spiel, du Drecksack. von diesen Box 10 spielen. Ich höre schon wieder die Polizei. Verdammte Großmutterzombies. Müsst ihr nicht eigentlich die kleinen Zombies beschenken? Wenn ihr das machen würdet, müsstet ihr nicht meine Geschenke klauen. Doublehead. Oh, ein Geschenk. Was ist da wohl drin? Neue Waffen. Oh. Mac 11. Da habe ich Bock drauf. Okay. Greatness. 98%. Das war schon ziemlich great, muss man sagen. Das muss man mir soweit einfach mal lassen. So. Klar, was auch immer. Ich würde eh nur die Mac 11 verwenden. Ready, set, defend your gifts. Okay. Kommt her jetzt, Zombies. Ja, ist gut. Oh. Ein Zuhälter-Zombie. Okay. Nimm dies, Oma. Du auch. Blöder Skifahrer. Ich hätte gesagt, blöder Skifahrer. Wenn ich sage, blöder Skifahrer, dann stirbst du. Genauso wie du, Oma. Ja, alle. Ich finde das ja ein bisschen grausam hier. Und da kommt schon die Party. Okay. Aber wir wissen ja, keine Party ist eine richtige Party ohne die Mac 11. Und was ist das hier? Wir haben mehr Kugeln. Yay. Denke ich. Ich glaube, das ist gut. Alter, hau dir seine Michael Jackson Dance Moves hin. Falls ja, möchte ich ihn bitten, damit aufzuhören. Hört auf damit. Aufhören. Du auch. Du auch, Oma. Oma, Zombie. Final Wave. Oh, shit. Okay. Okay. Ich glaube, ich sollte aufhören, dieses Spiel zu spielen. Wenn mal, kann ich nicht einfach mal meine Waffe wechseln auf? Shit. Oh, da. Hm. Okay, haut mich jetzt nicht um, ehrlich gesagt. Double Kill. Oh, yeah. Oh, Geschenk. Santa help. Gut. Was auch immer. Ich will die Spiele eigentlich nicht mehr wirklich weiterspielen. Deswegen würde ich sagen, es war eine kleine Weihnacht... Alter, hör auf den Schneemann da anzubaggern. Das war eine kleine weihnachtliche Runde durch Flash Games und es war sehr weihnachtlich. Ich gehe mir jetzt einen Weihnachtsbaum kaufen und dann Weihnachten irgendwas. Ciao. Ciao. Ciao.